Es dauert noch den kleinen Weg. Ja, also. Vier Stück. Ein Elf und ein Pücher. Oh, oh, wie sie aufmerksam wurden. Oh, ihr guckt. Soll ich jemanden in den Kopf schießen? Na ja, der kommt auf uns zu. Ja, aber der ist ja nicht bös. Ja, das sagst du, Alter. Der hört sich jetzt nicht so freundlich an. Na ja, der kommt auf uns zu. Ja, lass ihn. RIP. Der ist RIP, Junge. Alter. Oh, ihr habt weggeknallt. Hast du alle? Also ich habe zwei. Ich habe auch zwei. Fair gedealt, Junge. Das ist ein Läppsch, dass man nicht nachladen kann, wenn man R drückt. Jetzt kannst du das Ding nicht mal ausnehmen hier. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ein sauberer. Oder hast du dafür ein Messer in die Hand nehmen oder? Ich habe eine Brechstange. Ich habe kein Messer. Ja, brauchst du ein Messer. Mit der Axt? Geht das? Ja, nicht drei einfach draufhauen. Das muss schon angezeigt werden. Ja. Ich glaube, du brauchst ein Jagdmesser oder so. Ja, ja. Ich habe nur eine Brechstange. Na, das war natürlich... Das war natürlich... Traurig. Ich dachte, wir können das wenigstens essen. Toll, wir haben alle keinen Jagdmesser. Wir haben vier Tiere umsonst gekillt. Aber die gingen mir auch im Sack. Warum halten die auch nicht die Fresse? Ja. Richtig cool. Was noch? Dieser Drecks-Elch. Aggressive Handlungen gegen uns durchgeführt. Ja, er hat sich zehn Zentimeter in den Röchern bewegt. Mit den! Ja, muss nur gewährt. Ja. Ruckmann-Jäger. Ja. Ja. Vielen Dank.